Dick! Dick, wach auf! Wenn ihr mal wieder schlecht schlafen könnt. Wenn euch die Decke auf den Kopf zu fallen droht, dann solltet ihr hier mal näher reinschauen. Diese Abenteure liefern euch spannende Geschichten, garantiert zollfrei. Schmugglerzeit! Da ist er! In brenzlichen Situationen zusammenhalten. Das sind 5 Freunde. Heute halb zwei im Kinderkanal. Bis zum nächsten Mal.